Die Sorge um Stephanie Giesinger Topmodel-Gewinnerin liegt wieder im Krankenhaus Schock für viele Fans, zum fünften Mal in diesem Jahr liegt Stephanie Giesinger wieder im Krankenhaus. Das Model leidet an einer sehr seltenen Krankheit. 2014 gewann sie Germanys Next-Top-Model, drei Jahre später zählt Stephanie Giesinger zu Deutschlands einflussreichsten Influencern. Fast drei Millionen Fans folgen ihr auf Instagram. Immer wieder lässt die 21-Jährige ihre Anhänger an ihrem Alltag teilhaben. Dazu gehören jedoch auch die Schattenseiten ihres Lebens. In ihrer Instagram-Story zeigt sich Stephanie jetzt von ihrer vermutlich persönlichsten Seite. Auf dem Online-Bilderdienst postet das Modem mehrere kleine Clips aus dem Krankenhaus mit Schlauchen der Nase und einem Kotzbeutel im Schoß. Wir sollten uns dafür nicht schämen, ich habe lange drüber nachgedacht. Ich bin so oft im Krankenhaus und zeige es nie. Ich versuche es immer zu verstecken, erzählt Stephanie ihren Fans. Ich will mit euch meine kleinen Krankenhausreise teilen, weil ich denke, dass da so viele Leute sind, die mit Krankheiten zu kämpfen haben. Wir sollten uns dafür nicht schämen. Stephanie leidet an dem seltenen Cartagena-Syndrom, einer Erbkrankheit, bei der die Organe seitenverkehrt im Körper liegen. Ich habe diese Krankheit seitdem ich geboren wurde, verrät sie. Klinikaufenthalte sind für die 21-Jährige keine Seltenheit. Ich bin frustriert, doch mittlerweile würden sich ihre Besucher im Krankenhaus häufen. Ich beschreibe mich selbst als sehr starke Person, aber das war jetzt zu oft. Ich bin frustriert. Tatsächlich überlegen ihre Ärzte, operativ einzugreifen. Ich versuche immer gegen die Operation anzukämpfen, zeigt sich Steffi optimistisch. Jede Operation hat seine Risiken. Diese Operation ist sehr gefährlich. Für die GNTM-Siegerin gäbe es keine andere Option als zu kämpfen. Ich habe noch so viele Ziele im Leben, die ich erreichen will. Jede einzelne Sekunde auf diesen Planeten ist einfach unglaublich. Ich werde kämpfen. Das war's. Ich bin aufhörter. Das war's. Ich bin aufhörter Berge. Die suckerine.